Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesem Dienstag, dem 10. November 2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 912. Heute habe ich die folgenden Themen für euch. AirTags, Big Sur, Special Event, Übersetzungsfunktion, Harmony OS und Honor. Ja, heute springe ich kurz für den Nachhinein, damit wir hier heute auch wieder eine Daily-Folge haben für euch. Zuallererst, sie sind wieder aufgetaucht oder gar nie untergegangen. Die AirTags, seit über einem Jahr in den Gerüchteküchen, kurz vor jedem Apple-Event, wird darüber gemunkelt, dass sie jetzt doch kommen und oder doch eben wieder auch nicht. Und ja, ich wette jetzt nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht auch heute nicht das Licht der Welt erblicken werden. Ansonsten dürfen wir uns freuen oder eben auch nicht. Was heute eventuell bekannt gegeben werden könnte, neben dem One More Thing, ist natürlich, dass Big Sur des iOS oder iOS, das Mac OS 11 in der neuesten Version könnte heute Abend angekündigt werden und oder sogar schon gleich veröffentlicht werden. Da dürfen wir gespannt sein. Ein schöner Artikel dazu mit allen möglichen Informationen rundherum haben wir natürlich bei uns auf daily.geektalk.ca verlinkt oder in den Shownotes eures Podcatchers. Mein kleiner Tipp wie immer, macht ein Backup vorab und bevor ihr das nicht habt, müsst ihr gar nicht anfangen. Und es muss ja nicht heute sein. Es kann ja auch morgen sein. Aber Backup, das ist wichtig. Und ja, heute Abend, das ist ein gutes Stichwort, 19 Uhr unserer Zeit, findet das Apple Event statt und da werden wir das One More Thing sehen. Was es genau ist, wir werden es sehen. Ich mag jetzt nicht spekulieren, aber ihr könnt es euch denken. Dann geht es weiter mit der Übersetzungsfunktion von Safari, die an der WWDC in diesem Jahr angekündigt wurde. Ging ja in gewissen Ländern, zumindest Englisch, also Mandarin oder gewissen Sprachen, Französisch etc. schon online mit iOS 14, mit iPadOS 14. Nun startet das Ganze auch in der Schweiz, Deutschland und ist Österreich auch dabei? Huawei, das weiss ich nicht. Auf jeden Fall, Schweiz und Deutschland ist mit von der Partie. Weiter geht es mit Huawei und da gibt es Neuigkeiten zum HarmonyOS. Der Konzern hat ja im letzten Jahr bekannt gegeben, dass sie ab dem kommenden Jahr auf HarmonyOS setzen werden. Dualboot oder Onlyboot, was auch immer, wie das kommen wird, das werden wir noch sehen. Ja, Trump ist ja nicht mehr an der Macht, also noch schon, aber wird gehen dürfen, müssen, wie auch immer. Hashtag hoffentlich. Und das könnte ja auch dagegen wirken, dass die Geschichte gegen Huawei aufgehoben wird, je nachdem. Das wird sich zeigen, wie das genau kommt und oder auch nicht. Aber ich denke, da haben die Chinesen schon was angestossen und da werden sie garantiert dranbleiben, um auf längere Sicht nicht mehr abhängig von den Staaten zu sein und deren Software, was ja eben uns allen zugutekommen könnte. Was hat es jetzt aber mit diesem HarmonyOS auf sich? Am 18. Dezember wird die erste Beta zur Verfügung gestellt. Da können dann Entwickler dran rumschrauben und anscheinend soll es schon im Januar oder Februar soweit sein, dass man dann auch öffentliche Betas installieren kann. Ich bin extrem gespannt. Und weiter geht es mit einem Huawei-Thema. Genauer gesagt aber mit der Tochterfirma. Seit 2013 gibt es sie schon, die Honor. Das sind am Anfang waren das Smartphones. Mittlerweile sind es auch Tablet, Wearables, Notebooks. Teilweise sogar Fernseher, die sie da im Angebot haben und Watches. Und die Firma ist schon länger, also die Tochterfirma ist schon länger im Gespräch, dass die sich abspalten sollte, wollte, möchte von Huawei, damit sie einen besseren Stand haben. Denn Honor ist immer das kleinere, aber für sehr günstiges, dennoch sehr gutes Geld, viel Hardware, eher für die jüngere Zielgruppe angedachte Gerät gewesen. Und da möchten sie natürlich bleiben. Jetzt aktuell ist natürlich der Druck extrem hoch mit Xiaomi, Oppo, Realme, Redmi und was da alles noch so rumfleucht. Und somit wäre das definitiv nicht der verkehrte Weg. Anscheinend soll für 15,2 Milliarden US-Dollar das Ganze an Digital China und an die Stadt Shenzhen verkauft werden. Es könnte, so sagen die Gerüchte, schon in den nächsten Tagen über die Bühne gehen, sagt zumindest Reuters. Das war's mit den heutigen Neuigkeiten, die ich für euch hatte. Euch noch einen schönen und erfolgreichen Tag. Am Abend, wer mag, eine schöne Keynote und für all die anderen einen schönen Feierabend. Wir hören uns nicht morgen wieder, weil da ist der Achim dann wieder für euch da. In diesem Sinne, bis bald, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.